Die Erinnerungen sind schon die Schätze, ich nehme mir schon mit, die Schätze von mir. Das ist ja alles meine Vergangenheit, sie ist meine erste Pflegefamilie gewesen. 68 oder was das war, keine Ahnung mehr. Da bin ich das erste Mal, weil da war der Vater im Hefen und die Mutter ist gelungen, wie du, ich habe schon. Ich habe keine Aufsicht gehabt, weil der Vater hat das Trigger mit dem Bügel reisen. Aber da war ich nicht lang, weil das gefrasst hat, der Thomas hat ja kratzen, weil wir von Pfiffen wollen rauchen, das Huhnkind. Und ich denke, der Wiesch ist ja heute noch hin. Ich sehe. Der Vater war leuernd, der hat immer mit mir gespielt, das hat mein Vater nicht gemacht. Der hat das auch getan. Das war mein Zweite, da war ich fünf oder was. Da war der Vater wieder im Hefen und die Mutter, wo willst du gewesen sein, im Spital, eh klar. Da hat er wieder hingehaut, das war leuernd. Die Ziermax, war leuernd. Aber die haben mich auch wieder weggegeben, siehst du, ich habe mich nicht mehr gefordert. Ja, der weiß ich nicht, der hat irgendwas gegen mich gehabt. Aber so, die Mutter war leuernd. Die haben immer ein Tuff, wie viel, Tuff, wie, weißt du, so, hat sie mich angemacht. Aber ich glaube, die Oma oder was, Tante. Ja, das war mein Letzter, drei Pflegefamilien habe ich gehabt, das war der Letzte. Ich bin auf Amerika um, das war leuernd. Du, weißt du schon mal, Los Angeles, das ist leuernd, geht nicht, tut heist, bist deppert. Er hat irgendwas mit Autos zu tun gehabt. Weiß ich nicht, bei Adi oder irgendwer war der, ja, war ich 16 Jahre alt, gerade in der Blüte vor meinen Perversitäten. Da habe ich die Dinge gehabt, was ich habe gesehen, war, da bewegt sich was. Habe ich nur gezeigt. Na klar, war er heiß, hat mich, aber die war alles so. Ich bin, die Ziermax, kriegst die Leute nimmer, jetzt sind sie alle gebrüllt und wie das heißt. Ich war eine Wilde. Die hat mit deinen Schwab nicht genug gehabt, die Olle. Da wüsse ich, schaut sie mir dann geschickt. Das wüsse ich, das war ein Hobby. Da war ich sogar dabei, das bin ich. Das geht ans mich, nicht? Das bin ich, das ist meiner. Meine Marlene, Marlene fährt, fährt ausgassen. Die fährt Marlene. Da habe ich gesagt, da will die jetzt die Tintele fährt. Da hat sie mir gelacht. Sofern sie lacht hat keiner. Die nimmt ja keiner, oder? Das war ein größter Schatz. Ich tue nicht weg aus. Ich bin ein Riesenfilm von dem. Ich muss mich angeschaut, damals, 92, San Gepargeretto hat er gespielt. Zusammengehendes Lied. War lässig. Aber der hat auch zum Gifteln angefangen. Wie der, nein, der hat er eh schon ein bisschen. Er ist ein guter Sänger. Der, der magier mich da aus, ich weiß nicht, wann er spielt. Hm? Okay. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Desonnaz. Vielen Dank.